Und damit Hallöchen und willkommen zur Trials-Meisterschaft und ich darf die ersten Team-Kombinationen bekannt geben für die erste Folge und das wird sein Sieg gelost worden von Mikkel. Bram und Piet, Dalu, Sepp, Dardosch, J. Jawohl, ist das Team direkt am Start. Aber jeder spielt ja eh mit jedem Eimer, deswegen ist das ja egal. Wir können jetzt nur positiv erscheinen. Mehr als einen Punkt schon gewinnen. Genau, mehr als Null Punkte ist halt einfach ein Erfolg. Wie wird eigentlich auf- oder abgerundet, Bram? Also wenn ich jetzt einen Punkt habe und Dalu, Dardosch, Null. Dann wird aufgerundet. Immer aufgerundet. Geil, geil, geil. Okay, okay, ich gebe mir allerbeste Mühe und versuche nicht zu ragen, okay? Ja, das ist gut. Bram, ich gebe mir auch allerbeste Mühe. Jetzt habe ich ein bisschen anders, muss ich leider gestehen, Dalu. Ah, ich habe schon mal verkackt. Was ist hier denn los? Nach, Shit, das war so gut gedacht. Reicht das? Das war... Alter, what the fuck? Scheiße. Oh, das reicht nicht. Alter, ich schaff den Sprung nicht. Ich glaube, hier habe ich den Fehler. Okay, okay. Los, Sepp! Was zum Teufel ist das denn jetzt? Wir holen die Pole. Komm da durch! Ja, 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 ich gebe mir allerbeste Mühe. Ab da hoch, komm schon. Wieso? Oh! Oh, oh! Oh, oh! Yes! Aber ich habe es jetzt ungefähr raus, okay. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, was ist das denn für eine Scheißstelle hier? Oh, 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 oh! Was ist das denn für eine Scheißstelle? Oh, 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 oh! Ja, hast du das geschafft, Dalu! Wir getten die Points! Ja! Nice! Das kann nicht wahr sein. Vielleicht komme ich nicht mehr. Wer weiß. Aber wie gesagt, diesmal haben wir halt eine Minute. Ach, Leute, das geht ja auch. Ich gucke gerade Melodia zu, wenn wir dir nix. Das ist sicher jetzt erst, dass das geht. Ah, shit. Ich dachte mir so, als wenn du da oben laggekommen bist. Sepp, du musst unten rumfahren, wenn du da in so einer Rampe bist. Ja, ja, dann schaffst du es doch. Komm, das schaffst du. Das ist echt gut. Oh, nicht so viel Druck! Und einfach locker. Du willst ein paar Pünktchen. Okay. Nicht so viel Druck, Dalu, das kann ich nicht. Komm schon, PD. Läuft gerade nicht so. Ich hab's nicht, Dadosch. Nein, es tut mir leid. Ich bin auch so kacke in dem Game. Nein! Ja! Fast! Aber weniger Fehler als mit Sepp. Das ist schon mal gut, ja. Boah, ist das... Alter, ich bin so sweaty. Das ist so geil. Das ist mal ein ganz anderes Feeling, wenn man hier richtig Pressure hinter hat. Mega. Oh, Mann. Ich wurde übrigens eine Minute vorgefragt. Warte, ob ich mitmachen will. Also, ich hatte keine Tat zu üben. Aufsache deinen Konsolier-Punkten, der jetzt hat das... Werden denn jetzt die Punkte zusammengezählt von Sepp und mir? Ne, am Ende der Folge. Am Ende, okay. Weil... Genau, also jede Folge steht für eine Teamkombination. Okay. Weil gefragt wurde, ob Aufel abgerundet wird. Die Zahl ist doch eindeutig. Ne, kann ja nachher sein. Ja, dann ist doch ein Punkt, oder nicht? Wenn's nachher ungerade Zahlen gibt. Genau, wenn nachher ungerade Zahlen gibt, wenn ihr zu zweit seid. Da, du verstehst das Prinzip nicht. Ne, das verstehe ich echt nicht. Weil 0 und 1 ist 1. Warum? Ja, aber genau. Wenn du teilst, dann wird auch durch 2. Das ist mir Info. Ja, okay. Ja, die gaben vorher auch schon. Ne, ne, ne. Ich wurde gerade eine Minute vorher erst gefallen, ob ihr mitmachen. Das ist... Wir kommen hier hoch. Ganz viele kleine... Stimmen nicht hoch! Oh! Oh! Ich fahr doch... Nein, ich... Oh, fuck. Komm, Dadosch, ey, ein... Alles gut. Wie viele Maps fahren wir? Fünf immer. Oh! Das ist jetzt richtig bitter. Komm, Dadosch! Ja, Mann, ich geb richtig ganze Alter! Ja, ich auch! Wir machen... Sepp, wir getten die Points! Alter! Nein, 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 nein! Du schrägst ja Assi. Ah! Okay, Bram, ich komm als Zweiter! Oh, Lord! Ja, ich werd... Ja, als Glitter kommen. Ich werd als Glitter kommen, Dalu! Okay, okay, das reicht! Ah! Geil! Hui! Wir wollen auf jeden Fall mal in Platz 1. Ich bin ab, schau! Du hast doch 30 Sekunden. Du musst nur noch da drüber, Jay! Okay! Jaaa! Du musst nur noch das Stückchen! Du musst nur noch das Stückchen! Du musst nur noch das Stückchen! Du musst nur noch 30 Sekunden! Nein, nicht ganz! Ah, normal! Weißt du, in Formel 1 ist sein Feingefühl on point und die ist er noch grobmotorisch als ich! Jaaa! 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 Er ist im Ziel! Jetzt abspringen! Nicht unbedingt! Ja, Dalu, wir haben Punkte! Ich hab alles gegeben und wir haben Punkte dafür kassiert! Jaaa! Jaaa! Finde ich! Geil! Wir haben Punkte! Okay! Nice! Guck mal, 4 Punkte aktuell! Jaaa! Easy! Absolut easy! Also Bram, da ist noch alles drin! Wenn man 8 durch 0 zahlt, dann geht das ja nicht! Das wäre ja dann... Dann kriegen wir 8, ne? Dann kriegen wir die volle Punktzahl, wenn der 1 und 0 hat, oder? Ja! Nein! Du addierst beide und dann durch 2! Nee, nee! Ich bin für Multiplienzielen und dann durch 2! Das geht auch mit 0! Aber du hast doch einen Punkt vor Strichrechnung, Bram! Ich bin für... Ach! Ich bin für... Dann Klammer auf! Oh! Jetzt mich verarschen, da ist schon wieder ne... Okay! Neue Map! Wie geht das? Also... Wie geht nicht? Weiß ich auch nicht! Doch, die geht irgendwie, aber... Du musst sie anspringen und mit dem Vorderrad... Ähm... Bucht's! Das geht nicht! Da kommt das Vorderrad gar nicht rein, das Hinterrad! Ja! Wir können das vielleicht... Aber gehen tut das auch! Ich glaube fast eher, dass du so ein Crash hier... Also, dass du vorne gegen fahren müsstest und dann mit dem Hinterreifen da hochziehst... Aber... Auf und den Kopf! Ja! Neue Map! Also, das ist jetzt gerade... Das könnte klappen! Das versuche ich auch gerade! Das könnte echt funktionieren! Was denn? Ach, vorwärts haltu? Das ist übrigens danach das Ziel! Ich glaube, es gibt... Wer das schafft, der hat es geschafft! Wir haben 100 Versuche, die werden wir ja wohl ausprobieren! Der war oben! Na ne, der ist abgesprungen! Ich hab's denn! Wir haben... Als wenn der hochgekommen ist, alter! Wir holen die Punkte! Wir holen die Punkte! Bist du abgesprungen oder? Ja! Ich glaube, er ist abgesprungen! Punkte! Wir springen mal ab! Wir springen mal ab! Mit Y! Meint ihr nicht sogar, das ist so gewollt? Was sieht's aus, so ne Rampe? Das ist nicht so gewollt! Los, Sepp! Du musst abspringen! Nach vorne! Ja! Mit Schmackes! Komm! Shit! Könnte ich kurz auch noch Punkte, Pete! Ich weiß nicht, wie ich das vernünftig machen soll! Bunnyhop! Ich fahr ein Stück nach hinten, mach'n Bunnyhop und dann ab nach vorne! Du musst nach vorne auf jeden Fall lenken, um zu springen! Ja, genau! Come offensive! Ja, und jetzt vorher ein Bunnyhop-Zap, damit du so ein bisschen höher bist! Das war smart! Das war smart von dir da, du Mixer! Das war leider smart, ey! Come offensive! Ja, ich weiß doch gar nicht, wie das geht! Bunnyjump! Wie geht denn das Bunnyjump hier?! Ja, los! Scheiße, ich krieg das nicht hin, ey! Jawoll! Egal, die anderen haben keine Punkte geholt, das ist gut! Aus jedem Team hat auch einer Punkte geholt! Guck mal hier, Dados! Wir haben schon zwölf Punkte, Alter! Fuck! Drei Trendy Bombs! Hätt ich mal das nicht gesagt, dass da das Ziel ist! Nur deswegen hat Dados da drauf geachtet! Scheiße! Aber wärst du sonst gesprungen? Weiß ich nicht! Vielleicht wär ich auf die Idee gekommen, aber ich weiß nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre! To be honest! Ich hab halt leider die Basics nicht drin! Ich hab ja keine Ahnung, wie man so bunnyhoppen hat und so! Macht nix! Machst du doch beim Springen hin und her wibbeln, oder? Also hoch und runter? Erst hinter Reifen, dann vorder Reifen sozusagen! Links, rechts ziehen, Kombination! Oh! Oh, die haben wir schon mal gefahren! Die ist cool! Scheiße, ich kenn die nicht! Kenn die auch nicht! Sepp fährt immer heimlich, aber das ist gut! Ist ja gerade in meinem Team! Ja! Das ist Ziel gefallen! Mir egal! Im Ziel? Nice, Sepp! Jaaaa! Jetzt so dumm für diesen einen Scheiß... Los, Sepp! Wir beide machen das! Wir sind die Trials-Profis heute! Jawoll! Jawoll! Oh, wer ist denn da hinter mir? Sepp, hier ist das Ziel! Und wieder drin! Nice, Dalu! Aber Peter hat mich gerade überholt! Ja, der macht aber doch einen Fehler! Der hat einen Fehler gemacht! Mach'n locker! Jawoll! Sepp! Das gibt ja nicht! Alter, was ist denn da heute los? Alter! Ihr Ding klassiert! Ah, Dalu Em! Ich muss ja schon immer, wir harmonieren! Okay! Oh, ja! Aber dafür Punkte, James! Aber das schaffen wir alle, oder? Okay, aber dafür Punkte! Nein! Ich komm hier über diese kleinen Hücke nicht rüber! Alter Junge, heute ist... Du siehst ja gerade auch nicht drin, Alter! Ey, fuck! Komm erst nur auf die Rampe, wenn du nicht in einem durchkommst! Du musst nur ein bisschen nach vorne ziehen! Warte doch! Du musst auf der Rampe bremsen! Und dann Gas! Jawoll! Aber nicht so hart! Aber dann noch nach vorne legen! Ja! Yeah! Okay, alles klar! Jay könnte dir ja auch ein paar Tipps geben, aber... Komm an! Komm hier nicht hoch! Jay denkt sich gleich, bin ich denn los! Da sag ich gar nichts mehr! Oh, tschüss! Ich glaube, ich bin der Schlechteste, um da Tipps abzugeben! Dann hast du auch noch die Schlechtesten gekriegt in deinem Team, ey! Alter, förder! Ja! Was ist das? Nein, wir haben 16 Punkte! Hey, fuck! Das ist die letzte, Alter! Komm jetzt noch ne Trendy Bomb! Boah, dat wär schon episch! Ab danach kannst du nur noch weg aufgehen für uns, Dardosch! Ja, ja! Danach gibt's immer nur noch mehr Punkte! Werden die Maps eigentlich schwierig? Die sehen schwer aus! Ne, die sind alle schwer, alle gleich schwer eigentlich! Vom Level her zumindest! Meine Mutter, ey! Okay, das hab ich schonmal geschafft! Du bist schonmal böse! Gut, Dardosch! Diesmal bist du der, der die Punkte sammeln muss! Oh Gott, sag das nicht! Macht man das denn nünftig hier? Ich hab das so! Ich hab's! Ja! Nein! Oh nein! Ja, 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 ja! Im Wasser darf man weiterfahren! Ja, hab ich auch gerade gehabt! Alter, ich bin Zweiter, oder was? I'm the lucky man! Scheiße, das kann ich wahr sein, ich bin zu dumm dafür! Wait, was ist das jetzt hier für ne Scheiße? Gott sei Dank, ey! Okay, das ist ein blöder Abschnitt, aber... Oh, wie schafft man das denn ohne den Anlauf? Dado hat's geschafft, ne? Ja! Beim ersten Mal hätt ich's das auch schon fast geschafft! Ja, ich auch! Ich glaub, dass eine Stelle kommt! Hier drüben! Nice! Ah, ich auch! Ich... Holy shit! Okay! Das könnte jetzt... Ich raste aus, Dado! Ich glaub, das ist die schwerste Stelle jetzt! Die wir in den ganzen Rennen hatten! Weil's wieder bergauf geht, oder was? Wie komm ich denn nicht hoch? Moment, was? Gitterlich! Roll doch noch! Hast du's auch gesehen? Ja! Und ich hol die fünfte Twenty-Bomb! Aber ich bin Platz zwei! Nein! Ja! Ja! Come on! Okay, Sepp, du musst wenn... Oh, oh, oh! Warte, ich kann dir leider nicht gezielt zugucken, oder? Ich bin hinten noch! Doch! Okay, dann sag ich's noch nicht! Ja, ja, dann sag ich's aber noch nicht! Ja, dann sind wir schon längst durch! Sind alle durch? Ja, außer dadurch, glaub ich! Ja, außer dadurch, glaub ich! Ne, es geht um den Stand jetzt! Du musst jetzt da, wo du bist, ganz zurückfahren! Du musst die Wand hinten berühren! Du musst die Wand hinten berühren! Du musst die Wand hinten berühren! Oh shit, Alter! Und jetzt ist da einfach nur ne Schwege! Das ist auch nicht scheiße, ey! Ach, schade! Ach so, sonst geht das nicht! Ja, sonst ist da, glaub ich, äh... Bei mir sind das sonst irgendwas so ne Backwall wäre! Ach so, du hast es schon! Geh, rückwärts fahren! Genau! Ja, ja! Das ist nur noch da hoch! Das hat bei mir funktioniert! Soll ich da jetzt Gas geben! Reicht! Drei Steine kommen noch! Ne, kein! Oh, der Bunnyhop da vor darf's nicht machen! Nur noch da rüber jetzt! Und runter, Sepp! Easy game! Da ist der auch noch ein Ziel! Ja, scheiße, ey! Ah! Boah, bin ich da hinten blöde hängen geblieben! Und hab das endlich geschnallt, dass ich das auch mit dem Hinterrad machen kann, ey! Ja, dann checken wir das mal ab! Alter, 100 Puls! Geil, Dalu! Geil, Dalu! 61 für mich! 50 für Pete! 48 für Jay! 45 für Zepp! Sehr gut! 45,1! Das war gut! Okay! Aber wie viel habe ich? 0? Ach, shit! Ich darf nicht mehr! Hätte ich das mit diesem Billo abspringen mal geschafft, ey! Dann machen wir das mal ganz kurz! Ähm! Damit haben Dennis! Dennis hat 51 und 50! Dalu hat 100! 61 und 50! Meinte ich ja! Hatt ich aber auch geschrieben! 40er! Dardus hat 0! Und Jay hat 48! Okay, das ist dann logischerweise immer... Tut mir leid! Naja, alles gut! Das sind äh... 24 Punkte mehr als ich gedacht habe! Dalu hat nicht 1000... Dalu hat nur 100! Doch, 1000 fände ich aber auch okay! Könnte ich mit leben! So! Das heißt... Bram und Pete kriegen jeder 55,5! Also 56! Dalu und Seb bekommen jeder 72,5! Und damit 73! Wollte ich gerade sagen! Er war optimistisch hier! Und Dalu... Ne, Dardus und Jay bekommen jeder 24! Hä, ich hab Punkte! Und das ist dann der Endpunktestand der ersten Map! Und damit sind Sepp und Dalu in Führung! Mit hier 73 Punkten! Danach kommen Bram und Pete mit hier 56! Und Dardus und Jay... Sepp und Sepp! Nächste Folge geht's in die zweite Runde! Die Teams werden dann Bram und Sepp, Dalu und Jay und Dardus und Pete! Vielen Dank fürs Einschalten! Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß! Haut rein! Tschüss! Tschüss! Tschüss!